herzlich willkommen zurück das wollte ich noch raus tun das können wir auch mal kurz raus genau wir wollten der 3er quest machen eigentlich wollte ich nicht machen strecke schweig Okay. Es kommen 3 Spinnern. Okay. Okay. Reicht es jetzt? Die Handschuhe, ich hole gerade noch was dran. So. What? Nur Vorräte zurückbringen. Okay. Der ist leer. Genau. Gut. Wir könnten hier höchstes mitkommen. Okay. Gut. Und dann würde ich sagen, von mal an. Okay. Wir machen lustige Bewegungen. Oh, er ist jetzt nicht wieder voll. Okay. Ich habe eine Infektion schon wieder. Okay. Okay. Wieso habe ich kein Licht? Ach nee, habe ich das jetzt im Helm lassen. Ja. Ich habe das im anderen Helm lassen. Wieso? So. Okay. Oh Okay, das ist ein paar Schüsse und gehen wir mal. Hier geht es weiter, dann schauen wir noch kurz darüber. Da geht es auch weiter, aber scheinbar wollen sie, dass man da lang geht. Komm mal. Okay, hier drin sehe ich nichts. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt kommen wir da runter. Da? Ja. 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 Okay. Okay. Okay, so. Das können wir mal herangeben. Da rangeben. Uninteressant. Und dann schauen wir mal da runter. Okay. 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 Wir haben das mit Tasha. Okay. Ah! Das war's, oder? Okay. Das war's, okay. Gut, dann können wir jetzt anfangen zum Looten. So. 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 So klar. Gut, dass ich mir die Gliedriche eingesteckt habe. Dankeschön. So. Wir können jetzt lesen. Zwei mal Auto. Brauchen wir nicht mehr. So. 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 dann gehen wir mal kurz hoch. So. 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 hier kann man auch bei uns lassen eine ruse axt, okay gut egal, eine ruse axt ich könnte es so machen wunderbar okay so da bin ich natürlich mit der normalen Axt schneller, das könnte man abbauen okay 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 mit mir mal mit mir mal mit das So, dann gehen wir kurz mal hoch. Ah, ich habe meinen Hut und den Autor. Oh, ja, den habe ich mal geholt. Ja. Oh, ach. Das Haus hat sich zumindest für Seizkörper angefangen. Oh, Türen. Oh, Türen. Oh, Türen. Das ist immer. 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 Okay, gut, dann kann man gehen. Das ist immer. Das ist immer. Das ist immer. Das ist immer. Okay. 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 So. Brauchen wir nicht, aber ja, da ist der Name. Haben wir vielleicht noch eine Mod? Ne, haben wir nicht, schade. Müssen wir uns dann nachher nehmen. Zement und Co. Haben wir nicht drin? Auto. Schmelzen. Schmelzen. Ach, eine Hunde wurde jetzt schön mit Mauer. filmingen. Schmelzen. Schmelzen. Oh, okay, nice. Nein, da. Ach ja. Die hätte umpassend bekommen können. Die war da. So was angenehm. So was angenehm. So, das andere kommt zu Bergzeug. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht mehr. Das kann man hier wieder rausnehmen. Okay. So, das kann man hier acquistieren. Okay. So, come on. So, wasser? So, wasser? So, wie gegrüßt? So, ich weiß noch nicht mehr. Das hatte ich noch nicht mehr. Wasst dann noch mal vor. So, wie vor ich sie nicht mal mit einem anderen Dachse? Das ist auch nicht mal. So, was du, was ich so mal, was ich? So, wie vor mir eigentlich auch nicht mal. So, wie vor mir. So, da ist ganz viel Stein drinnen. Ein bisschen Eisen. So, wir haben hier 18 Dinge drinnen. So, da. 23 Uhr. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Folgenpause. Und schauen wir mal, was wir in der nächsten anstehen. Ich sage tschüss schon.